hallo meine lieben freunde willkommen zurück zu der last of us ja und es ist scheiße weil hier so viele gegner sind und ich will das einfach eigentlich gar nicht aber ich darf mir nicht aussuchen und ich sehe da irgendwas blinken das sieht mir nach einer neuen waffe aus jetzt ist das was ich denke ein flammenwerfer geile nennt flammenwerfer leute das steht hier wir mussten die tür zum generator im obersten stockwert verkabeln bitte sparsam benutzen wir haben bald kein benzin mehr alles klar kein saft aber ich will da doch gar nicht hoch ich will ja doch gar nicht hin wie komme ich denn da hoch oh gott oh gott ich wollte nur ausprobieren welche taste das war ich habe die letzten tage so viel fallout 4 gezockt ich sollte das eigentlich jetzt mal langsam drauf haben mit dem schießen und was weiß ich aber burn tomahawk job jetzt habe ich aber leider meine axt verloren verdammte scheiße toll oh 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 alter wieviel benzin haben die denn dabei ist das geil okay generator anwerfen alles klar alles klar das war dreieck oder okay gut dreieck dreieck alles klar okay ist hier sonst so irgendwas nützliches brauchbares sieht nicht danach aus dann können wir wieder gehen was war denn mal die schnell rennt hast du ich weiß nicht aber schnell rennen war ich habe so viel fallout gespielt ich denke auch immer ich müsste jetzt die voll tut mir leid tja als ich klein war wollte ich wohl ein sänger werden nein das wird nichts nein alle sänger werden das schon geil hätte ich auch Bock drauf muss ich ehrlich zugeben bin aber leider denke ich mal ein bisschen zu kacke dafür okay äh L2 war es ich wollte sagen tut mir leid dass ich gerade ein bisschen da in die Konversation geredet habe dazwischen geredet habe aber meine Stimme ist ja jetzt eh ein bisschen leiser deshalb denke ich das ist ja noch okay tschüss wo muss mir jetzt überhaupt hin hier geht es ja offensichtlich nie weiter und er kann nicht damit im pferd drüber springen kann ich damit im pferd drüber springen ja kann es ja kann es ja eine ganze harte was sind das für affen w tf warum gibt es jetzt auf einmal affen ich will nicht dass es affen gibt ich mag keine affen ich mag wirklich keine affen ich hab gedacht hier wäre was drinnen schade ist das hier ein zoo war das dein erster affe das war mein erster affe das war dein erster affe ja alles klar hier sind aber jetzt keine gegner irgendwo oder sieht man nicht danach aus ist da ein stadion da ist ein stadion vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt ich weiß noch nicht wie ich das hier alles so finden soll jetzt bin ich immer noch so ein bisschen viel zu viel scheiße was wo wo sind fireflies oder meint ihr jetzt echte fireflies also glühwürmchen du auch pillen okay ein lageplan des uec campus alles klar da oben sind doch bestimmt gegner oder ich hab grad erst gedacht elli wäre ein gegner aber okay gehst du jetzt mal die treppe hoch dankeschön alles klar okay 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 ähm ich kann was mit den pillen anfangen fertigungszeit reduziert fertigungszeit naja ich war lieber auf was anderes ich mach kurz mal davon eins davon eins davon eins davon eins ja ja genau deswegen ich wollte die trophäe haben tut mir leid ich will nämlich gerade irgendwie mega im trophäen waren müsst ihr wissen seit fallout 4 und äh ich bin grad auch bei until dawn dabei und die die mich im psn haben wissen das und ich wollte die trophäe unbedingt haben ich hab mir letztens bei dir die last of us trophäen durchgelesen und die waren die sind alle scheiße schwer und für mich glaube ich sogar fast unmöglich bis auf diese eine und die wollte ich gerade holen tut mir leid ach der erste neun gottverdammte monate gewartet und noch immer nichts kein wort von niemandem ich habe im speisesaal weitere dosen mit nahrungsmitteln gefunden doch die reichen nicht lange kleiner vorfall bei der barrikade im ostflur aber immer noch alles sicher 31 ich habe einen blick auf eine herumstreunende gruppe dieser dinger geworfen einer sah aus wie hever vielleicht war es sogar hever scheiße 10.2. die batterien gehen langsam aus wir hören nur noch einmal pro nacht radio das habe ich seit der letzten übertragung aufgegeben sie ist drei verfluchte monate her also weshalb die mühe 25.2. Cheryl hat gestern draußen gequalmt sie sagte sie braucht das sie war ziemlich angepisst als ich ihren vorrat wegschmiss sie versteht es nicht wir müssen einen klaren kopf behalten jemand muss in die stadt und weitere vorräte besorgen wahrscheinlich werde ich das sein wie lange ging das wohl gut ich glaube nicht dass das gut ging kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das tut mir leid aber das kann ich mir nicht vorstellen das tut mir leid aber das kann ich mir nicht vorstellen oder sieht nicht danach aus keine sporen keine sporen nein ach bitte nicht Gott verdammte scheiße ach warum alles klar ich versuche das leise anzugehen leute alles klar alles klar alles klar alles klar oh das sieht so gut aus ich will ja nichts sagen aber das sieht so gut aus ok der wird jetzt aber oh der wird jetzt aber ach wisst ihr was da Burn, Motherfucker, Burn. So einfach. Läuft's. Bitte sag nicht. Kein Wunder, das ist so ein Fetter. Hilfe. Oh, der ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Firefly-Anhänger. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Joe Robin 310. Boah, ey. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade zu wenig geredet habe, aber... Da musste ich gerade ein bisschen, äh... Da musste ich mich gerade echt konzentrieren. Geht's nicht auf. Jetzt komm schon. Sauber. Ja, das sollte halten. Keine Sorge. Das hält, das hält, das hält. Wie wäre es, wenn ich mir vorerst mal eine andere Waffe nehme? Alles klar. Okay. Das Tor ist doch offen, oder? Oder wie sehe ich das jetzt? Äh, wo ist denn die jetzt? Ganz da hinten. Ach, das Tor soll ich... Ach so. Ach, Mädel, sagt er doch. Mach das Tor für uns auf. Alles klar. Okay, dann schmeißen wir mal den Generator an. Den Generator. Und dann hat sich die Sache erledigt. Versuchen wir es mal. Ja. Komm schon durch. Los. Die Klicker. Waren das Firefly? Ja. Nein, ich glaube nicht. Wie, nein, du hast einen verfickten Firefly-Anhänger gefunden. Will nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Ja, ich nicht. Ich muss es ja nicht verstehen, weil die Freunde... Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Es hat mir sehr gut gefallen heute. Ich denke, wir haben sehr gut gekämpft mit dem Flammenwerfer. Wir haben alles richtig gemacht. Wir sind zwar einmal verreckt, aber da habe ich nicht mitbekommen, dass das ein Bloater war. Ich habe gedacht, das wäre ein normaler Klicker, aber da war ich ein bisschen... Ah, ich weiß auch nicht, wo ich da mit den Gedanken war. Aber war ja im Endeffekt alles gut. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Blatt wieder. Ich sage bis dahin. Tschüss.